Ali Al-Farasch kommt aus Syrien und lebt seit zwei Jahren in Kulmbach. Der 41-Jährige ist wie Tausende seiner Landsleute aus seiner Heimatstadt Raqqa vor dem Krieg geflohen. Viel konnte der einstige Englischlehrer dabei nicht mitnehmen. Außer seiner Familie blieb ihm vor allem das Wissen um seine Kultur und seine Sprachkenntnisse. Doch im Gegensatz zum Großteil der Flüchtlinge macht der Syrer genau aus dieser Not eine Tugend. Er wird Sprachmittler und Dolmetscher. Momentan arbeite ich im Caritasverband, ja, für ein Projekt, arbeite mit Kindergärten hier in Kulmbach und Landkreis von Kulmbach auch. Ali Al-Farasch ist damit Ansprechpartner für alle Kindertageseinrichtungen im Raum Kulmbach, die Bedarf an einem Dolmetscher oder Sprachmittler haben. Ein Job, den er einem Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung, dem Landratsamt Kulmbach und nicht zuletzt auch der Caritas zu verdanken hat. Wir haben ja die Information vom Ministerium bekommen, es gibt Fördergelder explizit für Kinder im Kindergarten mit Migrationshintergrund. Da haben wir uns überlegt, wie können wir Einrichtungen bestmöglich unterstützen. Wir haben bei Umfrage bei den Kindertageseinrichtungen nachgefragt und da war überwiegend der Wunsch nach Dolmetscher und Sprachmittlern hier in der Einrichtung. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das schnell organisatorisch umsetzen. Wir mussten innerhalb von zwei, drei Wochen uns überlegen, wie wir da was auf die Beine stellen. Gemeinsam mit dem Caritasverband Kulmbach als Anstellungsträger wurde das Projekt schließlich umgesetzt. Das war natürlich für uns auch Neuland. Wir hatten natürlich zuerst mal vermutet, es sind noch für afghanische Menschen dann letzten Endes Sprachen gefragt, wie Pashtu oder Urdu, Farsi. Wir hatten dafür einen Menschen aus dem Iran, der also schon sehr lange hier lebt. Und jetzt mussten wir allerdings eines Besseren belehrt werden. Der Mann wurde nicht angefragt. Übrig blieb also eine ganz starke Nachfrage nach dem Arabischen. Und da ist jetzt der Ali Al-Faradsch nicht nur Sprachmittler, sondern einfach auch Kulturmittler, der uns sagen kann, was essen die Leute. Wie ging es denen während des Krieges? Wie ging es vor dem Krieg? Wie ist das überhaupt in Syrien gewesen? 14 Stunden die Woche besucht Ali Al-Faradsch Kitas im Landkreis Kulmbach. Hilft bei Eltern oder Entwicklungsgesprächen, übersetzt Aushänge und Einladungen der Einrichtungen, ist Brückenbauer zwischen den Kulturen, zwischen Eltern und Kinderbetreuern und nicht zuletzt vertrauensvoller Ansprechpartner für die Kinder selbst. Spielen und malen mit Kindern, das ist sehr, sehr, sehr wichtig für Kinder. Ja, zu vergessen, was ist passiert in Syrien, auch für die Eltern, auch sehr wichtig. Die Resonanz auf seine Arbeit ist dabei durchweg positiv. Die Einrichtungen und die Eltern sind begeistert. Ist doch die Sprachbarriere oft die größte Hürde, die es zu meistern gilt und Ali Al-Faradsch hilft, diese Barriere abzubauen. Er ist sehr offen, wertschätzend. Ich finde, er passt in diese Rolle. Er hat einen guten Draht zu den Kindern und er findet auch den Zugang zu den Eltern. Das ist ja sehr wichtig. Also das klappt super. Er ist für die Kindergärten, denke ich, der absolut richtige Mann, hat eine offene, freundliche, zupackende Art. Und wir können sehr zufrieden sein und ich bin sicher, dass das in den nächsten Monaten gut weiterläuft. Der jetzige Förderzeitraum läuft noch bis Ende des Jahres und auch im nächsten Jahr soll das Projekt fortgesetzt werden. Ein Projekt, dessen Erfolg für sich spricht. Dank aller Beteiligten, vor allem aber Ali Al-Faradsch, der hier in Kulmbach nicht nur eine neue Heimat, sondern auch eine wichtige neue Aufgabe gefunden hat.